Die großen Physiker, deren Glanz früher die Veranstaltungen der DPG überstrahlten, sind alle fort. Erwin Schrödinger ist bereits vor Jahren emigriert, genauso wie Lise Meitner. Peter Dubay, einer der letzten Präsidenten der Gesellschaft, lehrt und forscht nun in New York. Sein Freund Walter Nernst ist verstorben, ebenso Karl Scheel. Arnold Berliner, ein Kollege, dem die Immigration nicht gelungen war, hat sich vor drei Jahren mit Blausäure vergiftet, kurz bevor er zum Transport nach Auschwitz abgeholt werden sollte. Werner Heisenberg und Max von Laue sind mitsamt ihrem Institut von Berlin nach Süddeutschland verlegt worden, genau wie Otto Hahn. Vor einer Woche noch hat man ihn bekniet, zur Festsitzung nach Berlin zu kommen. Eine Einladung, der er gerne Folge geleistet hätte, wäre er nicht am Neujahrstag beim Spaziergang gestürzt. Nichts Ernstes zwar, nur Prellungen hat er sich zugezogen, aber nachdem er ein paar Tage mehr oder weniger im Bett verbracht hatte, fühlte er sich unbeweglicher denn je. Auch seine Arthrose bereitet ihm zusehends Schmerzen und so hat Marga ein Machtwort gesprochen. Höchst unvernünftig sei es, in seinem Zustand in den heutigen Zeiten noch dazu bei derartiger Witterung eine solche Reise anzutreten. Die Familie bräuchte ihn noch, er möge auch an Erwin, Nelly und das Kind denken. Wenn du möchtest, hatte sie hinzugefügt, fahre ich für dich nach Berlin und werde dir über alles Bericht erstatten. Dann würde ich bereits einen Tag früher anreisen und bei Nelly und Liesel in der Winklerstraße übernachten. Die beiden können etwas Aufmunterung brauchen. Und Lebensmittel für die zwei und für Erwin würde ich auch gleich mitnehmen. In Berlin scheint es ja fast nichts mehr zu geben. Darauf hatten sie sich einigen können. Herr Geheimrat, holt ihn Fräulein Frieder aus seinen Gedanken. Hätten Sie vielleicht später die Güte, mir etwas vorzuspielen?